Wenn ihr wüsstet, was euch erwartet... ...sternenleuchte! Ihr, erlöscht! Oh, mein Gott! Ich will der Tänzen! Ich werde es auf sie sein! Ich sehe doch die grausame reise im Ehre selbst, die jenseits der Himmel abzahrends liegt! Sternenleuchte! Ihr, erlöscht! Nein! Der Tor! Der Tor! Sternenleuchte! Ihr, erlöscht! Das war's. Das war's für heute. Wir haben euch gerätet und verurteilt. Die brennende Legion. Bezwinger ganzer Welten. Können wir widerstehen? Könnt ihr es? Können wir widerstehen? Können wir widerstehen? Können wir weiterstehen? Können wir weiterstehen? Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Das war's. Die Sterne haben euch gerichtet und vervorteilt. Reicht das nicht, muss ich euch den wahren Zwecken uns allen zeigen. Nun gut, seht ihr, was ihr gesehen habt und dann zittert. Das Verkörperung des Dichts entgegen die Unwahrung. Dieser Wesen wird die Zukunft bestimmen und die Befug ergeht, kann die Sterne leuchten und ihr erlöscht. Das Verkörperung des Dichts der Welt naart der Fertigate, was ihr habt und beklagest? Das Verkörperung des Dichts! Das Verkörperung des Dichts, der Leuchten ist nicht so gut, wie sie ihren Boden vervroriert wird. Das Verkörperung des Dichts, der Leuchten ist demiş wird nicht so gut wie sie in der anderen Seite. Das Verkörperung des Dichts des Dichts der Befugungen des Dichts, der Leuchten ist Ihnen unbedingt so. Der Leuchten ist wegen der Leuchten der Leuchten sind nicht sicherlich im Waffen, sondern ein Waffen und eine Wartement zu gelangen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Sterne haben euch errichtet und verurteilt. Es ist doch wichtig, dass es so einfach bleibt.